Hallo, mein Name ist Holger Steinbrink und in meinem Cubase 10 Sound Design für bessere Songs Webinar geht es um folgende Themen. Anhand eines kurzen Beispielsongs zeige ich, wie man die Song Rhythmik im Allgemeinen verbessern kann, wie man Klänge und Sounds schichten kann durch sogenanntes Frequenzselektives Layering. Wir kümmern uns um Spezialeffekte, die einem Song mehr Wärme, Druck und vor allem Tiefe verleihen. Wir schauen, wie wir die Songbestandteile eines Songs besser und interessanter miteinander verbinden können. Ich zeige, wie man mehr aus Audioaufnahmen und vor allem aus virtuellen Instrumenten herausholen kann. Und natürlich gibt es viele zahlreiche weitere Tipps und Tricks. Ich würde mich über eine Teilnahme bei meinem Cubase 10 Sound Design für bessere Songs Webinar freuen. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal.